Ja, herzlich willkommen zurück zu Obscura Spielt. Die letzte der drei Bonus-Missionen. Kampf um Hood. Lass mal gucken. Erlebe die Schlacht um Hood aus dem Cockpit ihres Schneegleiters. Ja, so wie es abläuft, auch wie die anderen Bonus-Missionen bisher nicht einmal gespielt. Habe ich kein Zielkreuz in dieser Mission? Was ist denn hier? Ich habe kein Fadenkreuz. Was ist denn hier für ein Film? wieso habe ich kein ziel kreuz muss ich mal googeln ob das normal ist oder ob ich einfach kein zabe zieht euch fliegt doch in mich rein da geht es mal kaputt ich bin direkt am leben noch einer rumläuft und leute fallen wieder wie die fliegen heute und ja ein bisschen gas geben hier and clear but my fighter is down one more Cable out letter go another victory for rogue squadron don't care got ja ist um diese anhöhe ein bisschen bescheuert hier spiel doch meine verdammte kamera wäre nicht vernünftig mit kommen geht zu boden strotthausen kabel raus, lasst sie weg! fachsie dich! wow, alles kapast! aktiviert Harpoon One more pass. Table out. Let her go. Good work, Rogue Squadron. The base has been evacuated. We'll meet you at the rendezvous point. And Luke, the Falcon made it out all right. sehr schön das war es jetzt das gibt es ja gar nicht auch nur silber das habe ich falsch gemacht dass wir verzielen sollen ok also für diese drei quatsch mission habe ich jetzt irgendwie nicht abgerackert und überall gold geholt das war irgendwie gar nichts ja also bin ein bisschen enttäuscht von hätten das allen mehr machen können weil diese beggars kennen wir sie ganz sparen können aber todessterngramm kommt vom hutsch das wird irgendwie idiotisch gehofft da passiert ein bisschen was naja gut ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen wir sind damit mit rock squadron durch ich hatte schon nach dem ich die letzte mission gemacht hatte die schlacht und kalamari oder wie die hieß ein neues let's play angekündigt wollte ich eigentlich kürzlich mit starten hat sich aber verzögert oder wird noch ein bisschen verzögern weil es läuft noch nicht so wie ich mir das vorgestellt habe ich hoffe jedenfalls das kommt bald werdet ihr sehen jedenfalls dann bis zum nächsten mal ich hoffe ich hoffe ihr seid dann wieder dabei und dann wird vielleicht ein bisschen interessanter ist dieser bullshit hier gut ich mache das jetzt ja aus möchte das nur schnell so schnell wie möglich vergessen diesen schwachsinn also dann bis zum nächsten mal ciao